Freunde, wir sind hier in Amsterdam und die Polizei hat wieder mal Langeweile und schleppt einen Ferrari ab. Die haben dafür die ganze Straße abgesperrt. Mal schauen, wie die das machen. Immer gespannt, wie der das abschleppen wird. Was geht denn hier ab? Auf einmal kommt ein Motorradfahrer und pfeift hier rum. Mama, jetzt wird der hochgezogen. Das ist mir ganz süß, also der Es ist geschafft. Ich bin wirklich glücklich.